Wir brauchen noch mehr Weizen und Salat. Dann haben wir bald genügend Vorräte in der Schäume statt. Also immer, wenn ich sage, klicken, dann klickst du mit dieser Maus. Ja, genau. Jetzt kannst du das, jetzt musst du das da ansehen. Klicken. Weiter mal. Jetzt da. Da, ja. Und jetzt klickst du das. Jetzt gehst du da drauf. Klickst du das drauf. Da, ja. Da. Jetzt da. Und jetzt klickst du das da. Da drauf. Immer, wo der Pfeil ist. Und dann immer da, wo du das da bist. Und dann, wenn du das da bist. Vielen Dank.